Jetzt ist sie ruhig. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Die ist so total doof. Soll ich dir mal was sagen mit den zwei Zungen? Soll ich dir mal was sagen. Soll ich dir mal was sagen. Das ist das Eis. Boah Molly, das tut bestimmt weh. Oh mein Gott. Hilfe ist der. Komm wenn ich eben hochkruite zum Täter. Zum Täter Mira. Oh mein Gott. So fährst du. Au! Das hat voll weh! Boah scheiße! Gut, dass das Dünfer nicht einsetzt. Wie vorgestern habe ich jetzt vom Sonderabang. Aber die Welt ist schon weggegangen. Ist der Hammer, ey.